Hi, wir hatten viele Anfragen bezüglich der Fat Fighters Challenge, wie das überhaupt vonstatten gehen soll, wie man sich bewerben soll, wie man überhaupt die Dinge gewinnen kann, die es bei dieser Challenge gibt, nämlich unsere Kettlebell, unser Set mit dem Elite Power gebrandeten T-Shirt und dem Handtuch dazu. Und zwar ist es so, dass ihr euch per Mail bewerben könnt. Die Adresse ist anne-engel.de und ansonsten findet ihr die weiteren Infos in der Infobox hier drunter. Und die wichtigen Dinge, die wir brauchen, sind eure persönlichen Daten und warum ihr überhaupt abnehmen möchtet und eventuell auch, wie viel ihr abnehmen wollt. Das sind die wichtigen Informationen, die wir von euch brauchen. Schickt einfach eure Bewerbung raus und vielleicht seid ihr auch dabei. Okay. Ihr braucht nicht irgendwen zuhören, denn es gibt nur eine einzige Diätmethode. Das stimmt nämlich nicht. Ihr könnt letzten Endes essen, was ihr wollt, ihr müsst.